Hehehehe Outdrop Wie die Immortalin Barwulti absolute Ehre man Kommt hier gerade rein Mit dem Follow Direkt im Trimestub Hinterher Supergeil Yo Patrick Haut hier auch nochmal das 1 AP Logo auf den Train 500 Bits sind real Danke Danke Patrick Vielen 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 Dank für Dein Support wieder Liebe geht raus mein Guter Ist hier Gegner gelandet? Wir haben ihn gesehen bis jetzt Ist auch nicht Boah Doppel 99 Alter was geht hier Was geht hier steil Table 99 Hämmer ihn rein oder das? Macht mal Alarm hier 1 4 P Community Gönner hier Macht hier den John F Gönne die Move Haut eine 5er Gifte Zap Bombe hier raus Danke 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 Vielen Dank Bruder Dann haben wir Wen haben wir denn jetzt hier alles denn Werden jetzt ein Zap Willkommen hier Von unserem Leben Tetra Willkommen in einer P Gang Wiesel E2 Who Hat eine Gifte Zap bekommen Ehm Wiesa Und Cal Cal Calivra Willkommen an euch 5 in der 1 AP Gang Danke Danke 1 4 P Mann Alle für ein On 4 One Danke dir mein Lieber Und Glühstrom Fahrt hier auch nochmal 100 Bidis rein Nimmt hier auch die Belohnung mit für ein Hype Train Hinten Irgendwo da hinten oder wo schießen die Mhhh Die wollen mich hart gerade Da oben drauf Und schon close die oder? Und was hab ich gehört die von Ja Verdammt close Ja Einer ist verdammt ne Ahhhh Hier hinten Blau 100 100 100 Das ist die letzte Ja Na jetzt irgendwer hat Gold Wahrscheinlich die Wahrscheinlich die hat Gold Ja Nice Wow Looks like I got you Uh Was war das doch für ein 99 Laser da Jo Danke Quidder Für dein Host hier Willkommen an alle Die beim Quidder mitgekommen sind Wie gehts euch Wie war der Stream Und Yoshi Brrrr Danke Yoshi auch für die Bidis Es ist auch am Start hier Ihre Yoshi was ist mit VIA Games Bruder Komm mal ran hier Der Markt braucht gleich noch Mitspieler Nächste Runde bist du dann Nächste Switch bist du gleich dabei Dann Beim letzten Switch quasi Das ist auch ein blaues Leitnäck drin Jetzt noch ein blaues Leitnäck drin Oder was Ohne Shampoo Ohne Shampoo BG Gang Direkt über mir Direkt über mir Direkt über mir Und Und Schnau Blau Geh da hinterher Crypto ist komplett lost Yo NoSkill Macht auch den Gönnermove hier Mann Ehre NoSkill Auch im John F. Gönne die Club hier Haut hier auch eine 5er Subbombe rein Vielen, 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 vielen Dank NoSkill Wo ist eigentlich der dritte von den Pidis Geh da oben Geh da oben Die unten Nice, ich muss mir kurz mal eine Bat drücken Neho Lass ich mich Hier außen rum läuft einer weg Schmeiß den nochmal ein paar Zellen in die Rolle Unten kommt noch eine Bangalore rein Hier ist da auch noch einer Kommt mal mit, kommst mal mit wenn ihr könnt Ja Hier oben im Haus ist einer, den könnten wir locker weg machen Cracked Bin da Geht raus Geht raus 1 AP 1 AP Schön Lies das Bette kurz Tommy Liebe geht raus Ich lebe es gleich alle vor im BowSkill Danke, danke schonmal Das ist immer noch der eine Crypto Und der gar nicht steht dahinter Kann man ja auf den Biss gehen Da Ich muss kurz Schilde laden Push die Hart hier Zwei mindestens Crypto und Lataum Korn Und der Noch einer der andere Der erste Bunker rein Was geht's hier ab? Danke für den geilen Support. Auch Glühstrumpf. Hort ne Gift in Zap raus an. Akwa 2k. Willkommen Akwa auch hier in der 1er P-Gang, man. Danke, danke, Leute. Ihr seid der Wahnsinn, man. Beste, beste Community auf Twitch hier. Oh, 1vp. Haut hier auch noch ne 10er Donation rein. Bruder, vielen Dank für die 10er Donation. Danke, dass du so konstant durchziehst und immer streams, bro. Vielen, vielen, vielen Dank für deinen Support. Wieder 1vp, man. Ehre. Danke, man. Ich weiß gar nicht, was ich schon wieder sagen soll. Ihr seid schon wieder einfach Hammer, Leute. Guck mal, hier liegt perfekt meine Combo. Hier auch noch hinten. Gib ihn mal weggemacht. Keine Ahnung. Er ist noch hier. 231, wenn ihr wollt. Gerne, gerne doch, Leute, man. Wir sind eine Gemeinschaft. Wir sind eine Familie, eine Gang, die 1er P-Gang. Und so muss das. So, ich lese jetzt mal vor, wer hat jetzt von NoSkill alles einbekommen. Und zwar haben wir da Empfeno willkommen bei uns in der Gang, Critical Profix, Alvarez, Dogfubu und Kaiduin. Willkommen, willkommen. Danke, danke nochmal für euren supergeilen Support. Flomina, danke für dein Follow auch. Herzlich willkommen, FlominaTV hier. Rashi, grüß dich, mein Lieber. Was geht ab, was geht ab? Rashi. Epsi ist auch am Start. Grüße. Grüße gehen auch an Epsi. Willkommen an alle, die gerade auch eingeschaltet haben hier. Während des Hypetrains Level 5, Leute, nutzt es alle aus, Leute. Haut jetzt wirklich nochmal rein, wenn ihr ein bisschen supporten wollt. Wenn ihr einen Gönnerherz habt, einfach nochmal ausnutzen, den Hypetrain mitnehmen. So, braucht ihr Madgets hier zwei? Eins nehme ich. Zwei am Stil. So, ich bin auf der Richtung. Danke, danke. Sergeant Gaming, was geht ab? Gar nicht, leider. Wann noch welche am Schießen, war es hier rechts? Ja, wahrscheinlich am Cage. Ja, ich meine, da habe ich irgendwie Schatz gehört. Alles bestens bei mir auch, Rashi. Der 1HP-Gang-Pulli, der bringt mir morgen Glück in den praktischen Prüfer. Alter, auf jeden Fall, ey. Der bringt immer Glück, der Pulli. Ja, oben im Cage. Hinterm Cage. Der 1HP-Shirts sind alle noch in der Wäsche, ja, wo ich das mal fertig mache. Die sind drei Stück hier direkt, wir können da hart reinnehmen, wenn die weiter zu stehen bleiben. Eine angenehltes. Einer 100 Crack. Hinter dir auch noch. Ah, Bangalore nicht erwischt, fuck. Bangalore habe ich. Ich muss kurz betten. 58 unter mir ist auch noch einer unter dir den habe ich was das denn hier was war das denn für einer hier oben sind noch welche im bunker 105 lifeline noch die lobe ich bete ihr müsst denken sie kommt hier noch mehr steps aus dem bunker vorsicht ich will noch nicht mitnehmen ok ok auch noch einer spritzen hier direkt von hier kommt ein nade zwei spots aber das doch Okay. nein aber schön gemacht vielleicht hätte ich einen anderen move machen soll als der recht so ein stein ist hätte ich vielleicht irgendwo dahin sollen wo ich die anderen gemacht hätte und versuchen sollen nicht noch mal zum besten ich dachte wenn mehr teams das war nur noch die der war der letzte glaube ich eine abend knatte grüß dich was geht auch was gern bei dir knatte alles fit schade aber auf jeden fall eine gute runde ja aber ärgerlich aber ärgerlich grüß dich frosty taste was geht auch ganz neu am start oder wie geht es dir sehr bewusst auf jeden fall der mauerbrecher ist am start grüß dich mauerbrecher was geht ab was geht ja man die moral ja ja